Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge unseres Let's Play Together Empyrium Galactic Survival. Wieder Mitarbeiter Susi. Moin. So, ich muss auf jeden Fall... Nein, Quatsch. Ich muss auf jeden Fall erstmal... Was? Was? Essen. So. Ach, das war der Veggie-Burger. Wieso habe ich den hergestellt? Eigentlich wollte ich den hier... So, 495 ist in Ordnung. Dann haben wir ja irgendwo Sauerstoff, ne? Gut, Sauerstoff aufgefüllt. Ähm... Der Helm war was? Helm auf und ab. Bitte? Mit U. U wie Udo. Ja, alles klar. Gut, habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich. Und wenn du deinen Jump ausspringen, dann musst du mit J drücken. Ja. Beim Booster. Ja. So, ich gucke hier gerade nochmal. Zweite Nahrungsmittelproduktion brauchen wir alles nicht. Das können wir dann später wieder zerlegen. Titanplatten haben wir reichlich. Mhm. 1700 Stück. Bisschen Titanerz haben wir auch. Also nur 5. Bergbaugerätekern. Ja, da können wir irgendwie diesen automatischen Butler bauen. So, dann... Nein, Quatsch. M. Dann... Ich meine, das wäre die Legacy. Wo? Ja, wo ist sie denn? Habe ich die jetzt eben nicht markiert? Wieso mache ich das denn noch? So, das meine ich. Nein, habe ich nicht. So, jetzt habe ich sie. Da 1,5 Kilometer in die Richtung. In die Richtung ist was? Nordöstlich, östlich, südlich, südlich meinst du? Ähm, südost. Südost. Okay, südost. Stopp, 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 stopp! Ich hab irgendwas gedrückt, was nicht gut war! Äh, bb-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b! Was hast du gemacht? Wieso? Du bist ja noch hinter mir! ich traue mich nicht abzusteigen warum schießt du weil ich angehalten habe und es kam eine spinne auf mich zu ich wusste es ich wusste es aber wir müssen doch geradeaus oder müssen wir da lang wo du schießt ich habe es jetzt erst mal verlegt es geht weiter ja ja immer geradeaus bevor wir da jetzt gleich anfangen auseinander zu nehmen werde ich mal gucken ob das tatsächlich die legacy ist ich bin hinter dir direkt nicht dass ich nachher auch den baum nehme was ist denn das hier da sind aber auch unsere kumpels bei das hatten wir doch schon mal gehabt das teil hier hier waren wir letztens genau da haben wir doch auch stückweise auseinander gepflückt das war in der früheren folge ok jetzt drücken wir alles auseinander oder nicht oder doch oder wie was machen wir jetzt demolieren also auf demontieren genau nein nicht auf zerlegen damit war die rohstoffe kriegen wir wollen nicht die dinge nicht die ganzen blöcke sammeln weil das sind alles unterschiedlich hier haben wir gar ganz klar ja 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 die 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 Also irgendwo sollte ich da mal raufklettern, sonst habe ich hier gleich ein großes Problem. Das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem. Hast du den vorderen Teil schon ziemlich zerlegt? Weiß ich nicht, was hier vorne ist. Ja, das ist der Teil. Ich weiß nicht, ob da... Ach, egal. Dann können wir halt eine Mission nicht machen, dann müssen wir die Welt überspringen. Was ist das für ein... Was soll hier sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, da war mal was, aber das haben sie ja geändert alles. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war zu viel auf einmal. Ja, das macht nichts. Ja doch, dann kriegst du nicht alles eingesammelt. Ach so, habe ich aber doch bekommen. Bei der Meinung, ich habe alles eingesammelt. Ja, ein paar Sachen sind despawned. Deswegen bin ich ein losgeflipft und habe auch gesammelt. Okay. Das Problem ist jetzt nämlich, dadurch, dass ich da nicht hoch konnte, kriege ich das hier oben natürlich nicht. Verstehst du? Ja, das krieg ich nicht. Und ich mache das, was ich das ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 knapp daneben ja ist ja gut nee das eine kriege ich nicht dann kriegen wir das irgendwann mal ist jetzt nicht so schlimm so aber ich werde jetzt nicht so schlimm was ist da ok destroy the legacy destroy the core of poles or vessels that belong to the legacy note self destruct of vessels or court destruction triggered by switches and signals logic ok dann würde ich sagen ich hole mal den kleinen huber hierher der hat ja ein chor bleibt mal bitte hier ich komme mit dem huber angedüst gleich sie ist auf alles was sich bewegt was sich bewegt meine ich nicht was sich bewegt sondern was sich bewegt gut denn ich sage mal das ding hat ja ein chor und verlegen wollten wir das ding eh das zerlegst du jetzt oder was nein ich komme damit dahin ja und dann zerlegen oder zerlege ich ja dann haben wir ja den 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 chor zerstört und dann müsste ja eigentlich die mission erledigt sein ok 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 erstmal werde ich kurz ausladen damit ich hier da geblieben 6900 steilplatten nicht schlecht aha 3 flugspulen das stimmt ja gar nicht ich sehe das gerade ich habe auch 9000 mhm ich sah ja flugspulen flugspulen ich gucke gerade ob ich auch sowas habe aber sowas habe ich nicht titan platten habe ich 170 stück na gut davon hatte ich nicht so viele 6 satium platten habe ich 10 glasplatten satium platten die brauchen wir um zu verstärken 6 stück habe ich ne elektronik 43 nanoröhren und dann wie gesagt 9815 stahlplatten mhm also stahlplatten haben wir erstmal genug denke ich mal und dann 4000 titanplatten noch dazu das ist schon eine gute das ist schon eine gute sache und 120 was ist das hier 120 glasfaser die brauchen wir ja auch am laufen und dann einmal medizin station genau bin wieder heile dann kurz was essen wie viel ist das 100 und 18 das gut ich bin gesättigt so jetzt habe ich vergessen zu gucken ob ich was ist denn jetzt los übrigens möchte ich nur gesagt haben ich habe wir haben 4000 titanplatten ja und nicht nur 100 und was ist denn jetzt los weiß ich nicht wo bist du das damaged hoverbike was wir hier bei uns stehen haben ist mit einmal größer geworden und wenn ich versuche einzusteigen falle ich durch die welt ah ja äh auslocken nochmal keine ahnung bitte halte das schiff an um auszusteigen na klasse jetzt bin ich im dauerfall aha das hört sich aber nicht gut an nee nee so der treibstoff tank das meinte ich nämlich der ist auch leer ja das treibstoff haben wir ja aufgesetzt oder ja ja hatten wir hier vorne auch vier stück drin im container die nehme ich mal da raus weil das war ja so ein kleines ding und das ist riesengroß geworden ja wunderbar nehmen wir umso größer umso besser passen zwei hier rein nicht alles so tank ist zwölf prozent voll power an ah jetzt geht's ist der immer noch größer ja ich kann durch die map fliegen ne das ist nicht gut so jetzt muss ich erstmal gucken wo du da bist da fehlt da hast du ein teil vergessen oh gott wie nachlässig ups da müssen wir hin so ah wieder vergessen zu bestätigen also nochmal vielleicht kannst du dir erstmal das ding da runter holen was da oben ist weißt du wie ich meine das stück blech was da hängt das können wir versuchen ja oh ja mit einem affenzahn kommst du hier an das ding würde ich gerne auch mal ups vorsicht nicht landen so wo ist das teil warte 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 so und jetzt hier hoch guck mal da oben wo ich stehe und jetzt höher höher kann ich nicht dann komm mal wo bist denn du du sitzt ja gar nicht drin wo bist du da kommt das schiff an so ah ja ich hab's gesehen wenn ich jetzt da oben drauf gehe da noch drauf müsste das eigentlich müsstest du ran und dann springen müsstest du eigentlich ran kommen genau so war das jetzt auch gedacht uah Ach, wir sind doch wieder von hier. Och, Mensch, geh doch da hoch. Bist du ein bisschen dumm? Ach so, ich habe gar nichts in der Hand, ich trottel. Geht nicht. So, aber wir haben jetzt das Hoover-Bike und irgendwo muss ja der Kern sein. Ich mach nichts, ich warte, ich gucke hier. Ups. Das ist der Generator. Bodeneffekteintrieb. Das ist der Kern. So, und den Kern, den müssen wir kaputt schießen, oder muss ich kaputt schießen? Nee, geht nicht. Jetzt ist er weg. Jetzt sinkt das Ding im Wertboden. Na toll. Das ist der Gerät. 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 Dann muss ich den Gerät aufschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also suchen wir immer noch die Legacy, richtig? Ähm, Dassトor 할게요 Die haben wir doch aber eigentlich schon zerstört, oder? eigentlich müsste ich diesen auftrag doch den einen auftrag den hatten wir ja im grunde abgebrochen ach da müssen wir noch mal hin vielleicht hat sich da jetzt also mutiertes wieder hin ich aktiviere diese mission neu aber die frage ist wo war das das war auf talon gebiet richtig aber in welchem und da kommt was da kommt was da kommt was oder kommt monster das ist es das eine was fehlt hast du aber glück gehabt sage ich dir ja toll ich habe einen knochenbruch ja ich habe ein kit bei muster herkommen hast du das viel erledigt hier ist ihm von viel ist noch mehr natürlich ist hier noch mehr aber ich weiß nicht wo ich sehe ich dachte es ist zwei habe ich zwei habe ich erlegt der auftrag erfüllt aber ich höre immer noch was schreit grunzen hier oder irgendwie was ich gesehen habe ich hier unten in dem links drin in dem in dem graben hier oh ja da hatte ich das ja zuerst gesehen ich sehe ihn jetzt gar nicht mehr aber jetzt sehe ich ihn da ist das so gut dann ist das sogar hierher gekommen ist doch klasse moment da ist noch mehr ich höre noch was nein ich höre jetzt kein das sind drei die du jetzt doch du hast recht weil es sind wahrscheinlich wieder fünf ich werde trotzdem keinen erschießen der auftrag ist erfüllt ich wurde jetzt irgendwas wurde ich jetzt gebissen ja wo er strahlen antistrahlen selber oder ein ich bin tot wie muss da irgendwo sein ich bin tot du wurdest von überwacher erschlagen ok ich wurde und so was wollen die von mir haben sterbe ich jetzt aktueller standort giftungssaal benutzen so ich muss jetzt erst mal zu sehen dass ich meinen rucksack ich brauche rückendeckung ja du bist gut ich bin ja hier ich bin hier da bist du das viel muss hier irgendwo sein und dann berg unsichtbar das gibt es doch gar nicht hast du das jetzt rausgeholt die sachen okay das andere ist das ich glaube das alles nicht so mein rucksack müsste leer sein genau ja das ist der dritte überwacher weil hier steht mit drei überwacher das ist level 3 sind ich habe zwei da hinten weg einen da unten das sind vier das heißt einer müsste noch da sein aber ich höre nichts mehr doch ich habe ihn aha wo war er unter dem magnesium ernst hat er noch das nehme ich denn ob das rüber kumpel vielen dank ich bin übrigens noch verseucht ja was brauchst du denn ich habe eine salbe genommen aber ich bin radioaktiv verseucht also nach hause und duschen so schlimm ist es nicht ich bleibe ja bei 406 stehen das heißt ich sterbe nicht da haben wir doch sogar ein bisschen eingeebenet hier und ich habe dann die ganze zeit drauf wachen geschoben und super wir sind ja erst als ich den auftrag aktiviert habe sind die ja erst wieder gekommen so gut dann gucke ich jetzt mal nach dem nächsten auftrag was soll das sitz talon das war aktion und reaktion das habe ich fertig nadelstiche schmerzen die zirachs haben uns lange genug unterdrückt aber wir möchten sie nicht direkt angreifen stattdessen möchten wir lieber ausdrücklich unsere argumente darlegen würdest du uns bei unserer kampagne zur hand gehen und unsere nachricht überbringen zum beispiel einigen ihrer truppen das heißt dann werden wir schön erwischt aber gut machen wir ermordet zirachs drucken tötete 15 stück 15 15 wir fahren aber erstmal nach hause es regnet strallenvergiftung ich bin nicht doppelt vergiftet ich muss nach hause das tut mir leid genau äh zusammen identified und das trening Na, sind wir wieder irgendwo gegengestorben? Ja. Mal wieder ein Baum im Weg gewesen. Die sind auch so klein, die sieht man kaum. Wenn du durch die Büsche fährst und dann hinter steht ein Baum, dann siehst du den nicht. Das ist richtig. Hab ich doch gerade gesagt. So, mal schnell unter der Dusche. Ja, ja, ich hab schon... Oh Gott, ich sterb gleich. Ich muss was essen. Ja, geh du erst mal duschen. Oh, genau. Ja. So. Nee, er will nicht... Ich geh duschen, aber er will das nicht. Wenn die Gesundheit verbessert sind. Ja, schön. Aber ich hab immer noch dieses ätzende Zeichen da vorne drauf. Äh... Kontostand 4476. Das hört sich gut an. Dann geh im Zweifelsfall erstmal heilen. War ich schon. Ich hab das trotzdem da noch dieses Zeichen. Strahlungsverbrennung. Nutzer Antistrahlungssalbe oder ein... Antistrahlungssalbe brauchst du? Hab ich aber nicht. Die hab ich nicht, das weiß ich. Entgiftung, Antiparasiten, Antistrahlungstabletten. Brauchen wir Konfetti-Mooskrümel und Kräuterblätter für? Haben wir nicht. Oder ein Dekontaminierungs... äh... Dekontaminierungs... Dekontaminierungs-Set. So... Shit-Wort. Das ist das gelbe. Das Dekontaminierungs-Set. Was ist das gelbe? Was ist denn das? Das gelbe Set. Das gelbe Erste-Hilfe-Set. Ah, das Erste-Hilfe-Set. Das gelbe. Es gibt ja ein weißes und ein gelbes. Ich hab... ich hab nichts. Ja, ähm... Entgiftung, Antistrahlungssalbe. Pflanzen, Protein und Kräuterblätter fehlen. Fehlen? Ja. Aha. Pflanzen, Protein und Kräuterblätter. Ich hab keine Ahnung, ob wir Kräuterblätter ernten können hier. Na, ist ja alle zu hier. Kein Licht, nischt. Knospen. Natürliche Stimulanz. Hm. Na, das ist antibiotische Salbe. Wir brauchen ja die Benutzung. Ne, ne. Antistrahlensalbe brauchst du. Nicht die antibiotische. Hm. Ich bin grad dabei, hier zu ernten, was geht. Aber das ist nicht... Nicht wirklich viel. Ach, und hier... Ne, hier haben wir eine Lampe drunter. Wachstum, Wachstum. Mal gucken, was ich da jetzt eingesammelt hab. Natürliche Stimulanz, Gemüse und Beeren. Einen Erste-Hilfe-Kasten habe ich dabei. Dann habe ich antibiotische Magen-Entgiftungs-Antiparasiten. Ja, aber nicht diese anderen. Nicht die Antistrahlung, die hab ich nicht. Na gut, mir passiert jetzt erstmal nichts. Pflanzenprotein hättig, Kräuterblätter fehlen. Kräuterblätter. Antibiotische, Gegengift, Strahlenschutz, gereinigtes Watt, Konfettimoos. Gereinigtes Watt, ja, wir brauchen in jedem Fall Kräuterblätter, egal welches wir jetzt nehmen. Hm. Denn es gibt auch eine Spritze, Antistrahleninjektion. Die braucht dann gereinigtes Wasser. Das würden wir ja kriegen. Das haben wir ja hier draußen. Hm. So. Oh! pfff. 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 Ich sollte mal hier drinnen die Waffe weg packen. Pfff. Pfff. das wasser das wasser da rein genau so was fehlt uns jetzt noch wahrscheinlich nur noch dieses kräuterzeug an die strahlen ihr kräuterblätter fehlen uns da strahlensalbe kräuterblätter und dekontamination da fehlen uns fehlt uns auch noch konfetti moos krümel damit hier überhaupt was passiert gehe ich mal hinten und schmeiß mal ein bisschen treibstoff rein auch da war strom der tür ist von alleine aufgehören nein die tür hier ist eben von alleine aufgegangen aber ich habe wir haben ja kein strom ein bisschen sagte ich ja war wohl kurz da so acht kann ist da müssen jetzt erst mal reichen dafür sind sechs prozent fünf prozent drei prozent jetzt aber rein mit dem ganzen kram wo ist meine hier ist raus hier hallo mach mal die tür also sag mal machst du mal die tür auf und ich habe jetzt gesamten treibstoff reingeschmissen sind bei 19 prozent damit unsere geschütze ballern können von davon von westen ist noch zu ist noch zu weit für mich ebenfalls willst du dich wieder irgendwo verstecken ich bin schon wieder verstrahlt in die zweite links bin ich wieder gegangen das heißt ich muss mich wieder duschen und das dringend was essen okay jetzt verhungere ich mich hier irgendwann aber wir haben ja leckere fleischburger so 150 brauche ich noch die pizza hat 200 und das wäre zu viel ich brauche irgendwas gegen dieses blöde in die geschichte hier kräuter blätter hast du gesagt brauchen wir ja wo kann man die ich darf auch darauf hinweisen dass wir jetzt wahrscheinlich keinen treibstoff mehr haben genau natürlich drei stück also das reicht nicht um da jetzt irgendwas herzustellen dann müssen wir warten bis morgen ich kann jetzt aber groß nicht weg gehen weil ich muss immer hier bleiben dass ich duschen kann und was essen kann einfach klar aber wir sind am es im ende dieser folie schön dass ihr da Vielen Dank.